Hallo Syro-Fans und hallo liebe Reisemobilisten. Hier sehen Sie zwei Westfalia Kolumbusse aus Gotha. Einmal im Modelljahr 23, einmal im Modelljahr 24. Von außen eigentlich nur von der Farbe her zu unterscheiden. Das Wichtigste wird gleich sein, das Interieur und das neue Bedienteil. Das zeige ich Ihnen. Das erste Modell hier ist also aus dem Modelljahr 23. Hat eine Lanza rot-graue Außenfarbe, einen schönen schwarzen Kühlergrill, eine Skidplate, Nebelscheinwerfer, Full-LED-Scheinwerfer. Aber das sind ja alles nur die Fiat-Optionen. Das Schöne ist hier, man sieht es vielleicht von außen, man kann es erahnen, da ist ein Panoramafenster. Die nennen das auch Skyroof. Das ist generell ein Thema, was immer mehr Ausbauer machen, einfach um noch mehr Raumgefühl hineinzubekommen. Sie sehen auch, wo diese Fahrzeuge mittlerweile preislich liegen. Die sind ja oft voll ausgestattet mit der großen 180 PS Maschine. Da ist dann immer so ein Aufkleber hier dabei, da kann man es erkennen. Und natürlich spätestens von innen. Oft werden die auch dann mit der Wandlerautomatik bestellt und allen Assistenzsystemen, die es da so gibt. Wenn Sie die Option Aufstelldach wählen, auch möglich, dann kommt so ein Fahrzeug sogar knapp über 100.000 Euro. Also wir sind im Premium-Segment angekommen. Jetzt schauen Sie bitte einmal hier in den Eingangsbereich. Da sehen Sie ja schon den Küchenblock mit dieser rein weißen Oberfläche in Hochglanz und mit dem eher gräulicheren Escheholz. Das ist das Gleiche auch wie an den Hängeschränken unten drunter. Auch da haben Sie ja dieses gräuliche Escheholz und die hochglanzweißen Fronten. Und dann in Verbindung mit dem Panoramafenster halt generell sehr viel Helligkeit, sehr viel Raumgefühl, Kopffreiheit. Das Besondere bei den Westfalia-Modellen ist diese umbaubare Sitzbank. Hier habe ich es einfach schon mal gebaut. Sie können relativ schnell mit wenig Aufwand hier aus der Sitzgruppe ein 1,80 Meter langes Bett bauen. Also das haben die sich mittlerweile patentieren lassen, weil das so gut funktioniert und eigentlich auch bei jedem Kolumbus mit dabei ist. Unten drunter haben Sie auch noch mal ein bisschen Staufäche. Da sehen Sie auch mal die Scharnieren. Und da unten ist dann auch so ein kleines Quadrat. Da kann ich dann auch mal ganz gut Werkzeug unterbringen oder vielleicht die großen Wanderstiefel. Jetzt einmal der Blick durchs Fahrzeug hindurch. Das ist ja somit das Wichtigste von der Raumtiefe her. Dafür sorgt auch der herabgesetzte Kühlschrank. Wir haben bei Westfalia schon immer Kompressorkühlschränke, Dieselheizungen. Also Gas brauche ich hier tatsächlich nur für das Kochfeld. Das Schöne dabei ist, Sie haben halt zusätzlich hier diese Arbeitsfläche und haben auch die Ellbogenfreiheit, wenn Sie sich hier durchs Fahrzeug hindurch bewegen. Kommen dann also viel besser auch an Ihre Kleidung. Die ist also dann hier oben verstaut. Kann hier unten was ablegen. Kann mich da auch mal eben umziehen. Schon immer gab es diese Ablagemöglichkeiten. Hier vorm Küchenblock auch die Lichtschalter, Steckdosen, hier auch die USB-A 220 Volt. Das ist alles Serienausstattung. Diesen USB-Stecker haben Sie auch hier hinten, zumindest auf der Fahrerseite. Da sind auch nochmal Ablagefächer. Wenn man da mal sein Handy laden möchte, Handyschlüssel, Portemonnaie oder ähnliches, kann man da auch gut ablegen. Da haben wir dann auch mal eine Stange zum Aufbügeln und tatsächlich auch einen Kleiderhaken. Die kann man eigentlich nie genug haben, auch mal um die Jacke aufzuhängen, den Beutel oder vielleicht das Handtuch. Oben drüber hier sehen wir dann das große Dachfenster. Serienmäßig habe ich da 400 mal 400. Das ist also hier gegen optionalen Aufpreis dann möglich. Sonst habe ich da halt diese kleinen, ja, viereckigen Aufstellfenster, aber auch mit dem schönen Innenrahmen, mit dem levellosen Aufstellen, doppelt verglast. Ja, auch wenn wir über Acrylglas sprechen, ja, also von der Isolierung, Dämmung her auch einfach nochmal schicker als so vorgehangene Fenster. Der Blick einmal ins Badezimmer. Hier darf tatsächlich alles nass werden. Es gibt zwar einen Vorhang, den man vor die Tür machen könnte, aber Sie sehen, die komplette Nasszelle ist im Prinzip aus diesen Kunststoffwänden. Auch das so eine Kleinigkeit. Ich kann hier wirklich auch mal Sachen aufhängen zum Trocknen. Gegenüber, am Spiegel vorbei, sehen Sie auch eine separate Duschbrause. Das haben wir jetzt auch schon seit Jahren serienmäßig. Sonst hatte man immer die Dusche hier quasi vom Waschbecken genutzt und dann hochgestellt. Da sehen Sie das extra nochmal, auch eine Armatur, um separat duschen zu können. Geht also alles nochmal ein bisschen einfacher und schicker. Auch da die LED-Beleuchtung, eine Entlüftung nach oben über das Dach, ist halt auch ganz wichtig für so eine Nasszelle. Da hinter der Toilette sieht man auch mal einen von diesen Konvektoren. Wir haben ja im Kolumbus auch serienmäßig eine Warmwasserheizung, die halt diese betrieben ist. Und diese Warmwasserheizung ist schon etwas Besonderes im Kastenwagen. Das haben wir eher in den großen Liner-Modellen. Ich habe also eine richtig schöne, gleichmäßige Wärme im ganzen Auto. So, der Blick nochmal von hinten durchs Auto, nach vorne zum Fahrerhaus. Also Panoramafenster ist wirklich Maximum an Raumgefühl und wird immer mehr genommen. Ist einfach super beliebt. Das zum Thema Modelljahr 23. Wir merken uns nochmal die weißen Fronten mit dem Escheholz und gucken uns direkt daneben mal das neue Modell an. Hier sieht man auch, dass die Fenster von außen wirklich sehr flach aufliegen. Also optisch einfach super schön. Auch was Windgeräusche angeht und Diebscheidsicherheit ist das durchaus ein Argument für diese tollen Rahmenfenster. Also der Wagen bringt serienmäßig halt einfach schon sehr viel mit. Auch so eine Warmwasserheizung. Das sind halt Dinge, die dann auch so einen Preis beeinflussen. Selten, es kauft sich so ein Kunde dann mit 140 PS als Schalter mit Kunststofflenkrad einfach DIN Radio. Also die müssen eigentlich alles haben. So, jetzt hier im Eingangsbereich von wegen Interieur, Modelljahr 24, haben sie halt eher ein Vanillecreme, Eierschale, ein weicheres Weiß. Auch das Holzdekor ist hier nochmal etwas heller. Auch von der Haptik generell sind beide wirklich sehr schön zu fassen und zu fühlen. Und das Ganze zieht sich durchs Auto hindurch. Ich glaube, auch da in der Sitzgruppe haben wir die neue Optik an den Hängeschränken und auch nach hinten, wenn wir da den Blick mal mitnehmen. Der Kühlschrank ist nach wie vor unten. Ich habe auch da diese berate Arbeitsfläche sogar nochmal abgetrennt. Ich habe dann neben USB-A auch USB-C. 220 Volt ist klar, wenn Strom dran ist. Meine Lichtschalter, Ablagemöglichkeiten. Also das alles Serienausstattung. Hier habe ich nicht nur auf der Fahrerseite USB-A und USB-C, also auch gegenüber ist nochmal eine Steckdose. Da unten drunter sind auch nochmal Ablagemöglichkeiten. Also das ist wieder das Gleiche. Solche Steckdosen wäre jetzt nicht das Thema, die umzurüsten auf USB-A und USB-C. Aber es ist ja einfacher, wenn das von vornherein schon dabei ist. Jetzt sehen Sie hier nochmal das Heckbett mit den Ausstellfenstern, den Hecktüren. Und hier das normale Fenster über dem Heckbett in 400x400. So sieht das aus. Also auch völlig in Ordnung. Ich habe halt auch mehr Dachfläche zur Verfügung. Kann noch größere Solaranlagen anbringen. Sat- und TV-Anlagen oder ähnliches. Da die Kleiderstange. Haken fehlt hier. Den könnt ihr mal nachrüsten. Jetzt nehmen wir mal den Blick hier mit unserem Badezimmer. Wir fangen auch wieder unten an. Sehen auch da wieder den Duschrost-Einleger im Yacht-Design. Wie er so schön heißt. Auch als Oberflächenschutz kann der nicht schaden. Bestellen wir immer mit. Da ist ein Luftausströmer direkt im Ballzimmer. Also ich kann das ja hier auch als trockenen Kammer nutzen. Und da fällt es auf. Ich habe jetzt also nicht nur einfarbig rein weiße Oberflächen. Ich habe auch mal Holzapplikationen hier drin. Sieht halt einfach nochmal wohnlicher aus. Finde ich zumindest. Wenn das nicht so einfarbig weiß ist und auch mal so Holzapplikationen dabei sind. Auch für die Duscharmatur. Ja, also Geschmäcker sind verschieden, wie gesagt. Und das ist auch gut so. Entweder oder ist auf jeden Fall noch beides möglich. Der Blick nach vorne. Nochmal vorbei an den Hängeschränken. Richtung Panoramafenster. Sitzgruppe. Kopffreiheit. Das sind so hier die Stichworte. Und auch vom Durchgang her kann man sich hier wirklich ordentlich bewegen. Natürlich muss immer einer zur Seite gehen. Das ist normal im Kastenwagensegment. Und hier sehen Sie nochmal die Sitzbank. Wenn die zusammengeklappt ist. Dahinter verbirgt sich das Bettgestell. Und Sie können es ganz einfach wie ein V nach vorne hin ausklappen. Und trotzdem hier noch hindurch gehen. Boden ist übrigens auch etwas anders. Geht so mehr Richtung Schiffsplanke. Ja, Yachtbau. Viele bezeichnen die Fahrzeuge ja auch als Yachtdesign oder Bootsbau. Ist ja im Prinzip ähnlich wie im Boot. Nur, dass sie halt hier auf vier Rädern unterwegs sind. Dann nochmal der Kühlschrank vor Kopf. Auch das ist so ein Trend. Hat Westfalia auch recht früh mit angefangen. Dass ich mal eben von außen hier zugreifen kann. Auch das ist ein Kompressorkühlschrank. Auch ein recht großer. Da haben wir schon deutlich kleinere gesehen. Übrigens auch von der anderen Seite zu öffnen. Da ist das Bedienteil Dometic Kompressorkühlschrank. Ein kleines Detail vielleicht noch am Rande. Sie können auch hier von außen dann direkt auf die Grillzange zugreifen. Haben also hier Ihre Kaltgetränke. Fleisch, Lebensmittel. Müssen nicht immer erst ins Auto hineingehen. Das sind bestimmt Dinge, die auch im Alltag das erleichtern. Und insgesamt einfach viel mehr Freude macht. Was wir jetzt noch zu guter Letzt mitnehmen, NASBAD noch ließt, ist der Stauraum unterm Heckbett. Dazu gehen wir nochmal durch beide hindurch. Weil dadurch, dass die serienmäßig Dieselheizungen haben, mit denen sie halt warm Wasser und warme Luft machen, haben sie dieses Dieselaggregat unterm Auto. Sprich, hier drin im Fahrzeug selber haben sie einfach viel mehr Platz. Mal gucken, dass ich da rumkomme. Einen Moment. So, jetzt geht's. So, dass sie wirklich die komplette Innenbreite zur Verfügung haben. Also sonst hat man ja auf der Seite dann immer die 2 x 11 Kilo Gasflaschen. Die sind halt mit nur einer hier bestückt. Da in diesen milchigen Kasten, da ist die drin. Und gegenüber, auf der Seite, ist mein Frischwassertank. Also auch deutlich nach vorne gebaut. Sie sehen hier schon der Radkasten, der da so rausragt. Also ich kann wirklich von der einen Seite Innenwand bis rüber zu anderen durchladen. Ich könnte sogar auch hier das Bett hochstellen. Dann habe ich nach vorne hin nochmal mehr Platz. Und nach oben hin wird mit Scharnieren geführt und stabilisiert auf beiden Seiten. Und ich kann das dann auch so weit senkrecht hochstellen und fixieren mit diesem Gurtband, dass er auch während der Fahrt dann halt fest verstaut ist. Also habe ich sogar die Möglichkeit, für den Austritt mit dem Fahrrad mal eben so hier die Fahrräder mitzunehmen. Ansonsten gibt es ja auch Möglichkeiten, Fahrräder hinten auf die Anhängerkupplung zu montieren oder auf verschiedenen Trägersystemen. Diese Fahrzeuge sehen Sie jetzt nicht nur hier bei uns in Holzwickede, sondern auch in Düsseldorf auf dem Karamann-Salon. Da finden Sie die in der Halle 15. Da wird auch der Kollege Philipp Zimmermann sein und Ihnen gerne diese Fahrzeuge vorführen. In den nächsten Tagen und Wochen machen wir noch ein paar mehr Fotos und Videos davon. Können Sie sich gerne auch vorab schon mal informieren und anrufen, vorbeikommen, wie auch immer. Da würden wir uns über Ihren Besuch sehr freuen. Wir verbleiben mit vielen sonnigen Grüßen aus der Zwickede und freuen uns auf Sie. Bis dahin. Tschüss.